Baddha-Hasta-Bhujangasana ist die Kobra mit gefalteten Händen. Von der Bauchlage ausgehend falte die Hände hinter dem Gesäß und hebe dann Kopf und Brustkorb so hoch wie du kannst. Diese Kobra-Variation stärkt vor allem die untere Rückenmuskulatur, zieh die Schulterblätter nach hinten und öffne dich im Brustkorb. Das ist gerade eine schöne Übung für Anfänger im Rücken-Yoga, die ihre Rückenmuskeln stärken wollen, ohne dabei zu sehr in die Rückbeuge zu kommen.